Ja, wo waren wir es jetzt? Boah, wie viele Gegner sind da? Marco, du musst mir da helfen hier. Ich kann sie nicht länger hinhalten. Was? Nein. Ich hätte... Ah, wo waren die jetzt? Storm Rifle. Gott wollte ich. Gibt das was? Hallo? Hallo? Nein, Niedler wollte ich. Wenig Schuss. Ach, ich komme auch noch hoch. Ah, witzig. Ach, Fnissene. So, wo ist Marco jetzt? Marco, wo sind sie? Ich spiele hier gerade alleine. Bestimmt. Das war's für heute. Ach, du bist schon wieder da. Ja, ich hab hier grad ein bisschen Probleme im, äh, in diesem vollbesetzten Raum mit Gegnern, aber ich, du, du hättest, du müsstest doch jetzt die ganze Zeit da einfach nur in der Mitte, du hättest doch gar nichts, da ist doch nichts passiert, oder was? Wieso sterbst du denn? Aha. Aber du, du stand, also für mich standest du die ganze Zeit da im, im Raum. Also in diesem Eingang. Ja. Tod. Das war eben total entspannt, weil jedes Mal, wenn ich halt, äh, äh, gestorben bin, bin ich wieder reingesprungen, automatisch. So, ich glaube, ich glaube, ja, nein, ich weiß, aber, ähm, jetzt erstmal so. Ja. 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 Da. Oha. Plasma Cannon. Wo seid ihr? Da seid ihr. Ja. Mit der Waffe ist das echt scheiße hier. Dann doch lieber ne, ja, ne, mit dem, ne, mit diesem dicken Ding da. Nein, was? Ja. Ja. Ich hab die Carbine hier, das geht eigentlich viel besser. Das geht doch viel besser. Was? Find Dr. Tilson, she'll get you to the evacuation area. Checkpoint. Oh, God, oh, 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 oh. tooth. Is weg. Sniper is weg. 2ile 2, Inter objective 3. A Sicht squared 2. Für mich gucken, ob ich hier irgendwo, ich kenne dir die Treppe hoch? Ah, da bist du ja. Du bist tot. Ah ja, ich sehe sie schon. Noch ein Sniper. Da! Ah fuck. Der ist abgehauen. Warum ist der abgehauen? Ich hatte den gerade schön im Visier. Dürfen wir das? Chippoint. Nee, hier vor allen Dingen hier Schwert und so. Bludgeoning! Ich hab hier ne ganze Menge Granaten, ne? Und ich geh jetzt hier irgendwie rein, aber ich treff nix. Oh shit, ich bin tot. Was? Schwert ist weg? Wo ist das Schwert? Ich will das Schwert. Nein! Nein! Insert Coin. Das ist... du hast ja keine... nee, du hast keine... keine Safe Zone hier. Geht das Schwert weg, ne? Geht das Schwert weg, ne? So, Schwert her. Oh, ist leidbar. Ja, ein bisschen. So, jetzt räume ich mal auf hier mit dem Schwert. Pass mal auf. So, jetzt räume ich mal auf hier mit dem Schwert. Pass mal auf. Hahaha. Ich mag es. So, ein paar hab ich gekillt. Jetzt geh mal in Deckung. Das wärst du wohl. Scheiße. Kaputt. 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 Nee, ich seh dich noch. Ja, da ist ein Sniper vor allen Dingen. Einer mit dem roten. Oh nein. Hatten wir nen Checkpoint dazwischen? Gut. Ist doch jetzt genau an der Stelle, wo ich vorhin drauf gegangen bin. Schon wieder. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Was? Ja, aber ich hab kein Schwert und das ist scheiße. Ja, jetzt geh ich nämlich hier zurück. Und geh hier in Deckung. Bringt mir nur auch nix, ne? Out of ammo. Jetzt müssen wir mit dem propeligen Assault Rifle. Nur ein paar mehr sind. Oh. Genau mein. Einer ist weg, ne? Nein. Ja? Hm. Der scannt schon wieder hier. Yes, Achtung, flimmert Ja, da flimmert einer, 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 da flimmert einer Er ist fast weg Ich bin tot Jetzt ist er weg Ja, so ein bisschen, ey, die ist ja am rumlachen Reden Reaktivate Defense Cool Ja, den machen wir, den halten wir, den, den, da halten wir uns, äh, für morgen auf, wo muss ich gelangen Verrückt Ja Kann das hier auch